so weiter geht heute mit drive club und dem italien performance cup schön dass ihr dabei seid und wir machen weiter ein turnier was heute zumindest mal ansteht in der nächsten folge sind drei dinger wieder hier dran und dann gibt es den amortecup gut let's go drei platzungen ist auf 32 20 weniger eine rundenzeit eine zeit von wir machen das schon irgendwie so wir haben denn was er hat die die heute fahren na wie cool so spieler hier ich ich war für mich quasi mit weniger alleine wir haben jetzt go dabei es ist der halbwander weiter 2.30 Uhr ist immer ein 2.30 Uhr volltrennend. Das ist die Gesamtzeit. Die Jungs hängen gerade ein bisschen ab. Da vorne jetzt mal. Ja, der hat mir nicht weg. Der Schrecker ist jetzt rum. Dann legen wir nur auf das 5. Der Schrecker ist immer der Bürgerstelle 3 Bahn, dass wir hier ... Jetzt haben wir die Position. So, kann ich schon mal reden. ... 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 ja da wollte ich zu viel und das hat mich dann mehr oder weniger kaputt gemacht ist aber der ist dann halt so alles gut wir haben ja trotzdem alles geschafft oder noch kein rennen mehr also gut die zeit und dritter gab es ja nicht gewonnen das von mir aber ist egal gut in der nächsten folge geht damit drei stück weiter bis heute über die folge mit amateur darauf wie weiter geht in drei rändern bis dahin tschüss